...Nahuta1386, herzlich willkommen zu Pokémon Schwert Part 21. Stand hier. Abflug auf dich drauf, Mautzy. Ah, wirklich. Okay, jetzt erstmal... Sack, hier drauf mit dir. Okay, hier drauf mit dir. so den Top-Behuber benutze ich dann gerade mal für ihn für unseren Minuki so 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 ich muss hier kommen gerade sagen, er krebst mich auch mal ein hier heute mit dir reicht es mir nämlich jetzt langsam weiter weg du mit deiner Scheiß ein Krabberein gehst du mir das mal auf die Nerven ey nix da event tja da hast du dich leider im falschen angelegt ja vergiss es fünfmal getroffen und das ist die gerade gebracht alter oh Lucario cool dann schaffe den Lucario und gegen gegen mauzi so verabschiedlich mauzi das war's ok dann geschehen ja ja dann noch mal das das ist da so es da du das war So, das ging Lucario, Prinzessin, Mutuals und KABAMS! So, darf ich jetzt? Komm schon. Oh, das ist vorbei, Lucario. Tja, das ist aber schuld. Jawohl, endlich! Wo ist denn Lucario? Mhm. Aber ich muss so eins nochmal fangen und dann muss ich mir das nochmal fangen und dann auf den PC ablegen. Naja, jetzt ist Flugstahl, deswegen ist es sehr gut für mich jetzt. Oh ja, genau. So. Startflügelein, perfekt. Schnell geht durch. Und zurück. Das ist Mögen Mögen UndThank Gost pill Auch Spann so erst mal schnell ja 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 und hier also wir sind jetzt in der nächsten Stadt hier ja 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 und da ist auch der geschäft hier ja jetzt kann ich ja 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 das war's ja 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 so wir kommen hier rein in die arena wie schon gesagt ich mach die arena nicht aber da kommt der kleine pipelmeier es sind noch zwei orten was man holen müssen da kann man alles gefutschlauen bei denen ja 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 Ah, warte. Ah, ja. Dann geht es hier runter und dann auf 10 oder so. Oder ganz andere Route entlang, ich weiß nicht, aber wir können mal gucken. Okay. Topdrang. Hm, hm. Ja, die Kräften nämlich nicht immer hingehen und her. Ne, das ist doch mein letzter Part für heute. Okay. Hippie-Tänzerin. Prezessionsschuss. Und... Und das Hippie. Ah, ja. Ne, lass mich mal. Komm. Ah, ja. Super. Cool. Ne, lass mich auch hier den Präzessionsschuss ein. Zack. Mhm. Mhm. So, darf ich jetzt mal? Danke. Okay. 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 Komm, vergiss es doch einfach. Okay. 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 Ich bin jetzt mal verwirrt. Mhm. Mhm. Jawoll, dann scheuert sie sich grad selbst ein. So. Und... Okay. Dann... Ein paar Knarre noch dazu. Mhm. Wischt sich eins. Wischt sich eins. Und dafür weiß ich sie auch noch. Und das war abgeboren. Ja. Na, warum tun sich da immer ... Yay. Du bist gut drauf. auf entwickelt sich doch ich wollte gerade sagen sonst hätte ich mich ausgetauscht aber ich bin froh dass es entwickelt dann brauchst du nicht austauschen glückwunsch dann knospi hat sich zu einem brusselia entpüttelt perfekt pflanzen gift jetzt brauche ich noch mal so eins am ende giftstahl sehr gut mal gucken was hat hier alles für den dreck eigentlich drinnen ob es so war mal ein giftstahl durch den wachstum raus eins kann ich jetzt schon mal zu sagen jetzt habe ich eigentlich alle meine pokémon entwickelt natürlich werde ich mir das die vorstufe von diesem pokémon noch mal fangen und wenn wir noch mal eine weitere entwicklung kriegt dann wenn ich das von russia möchte ich mir noch mal weiterentwickeln mit russia noch mal so extra fangen naja und hier kommt dann dieses komische wasserrad moment dann kann ich nämlich über das wasser radeln moment mhm eine schöne zeit ist das wir haben gerade denken hier ist eine weihnachtszeit in mhm im 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 So, mal gucken, wo ist mein KM-Venturkampang. Wow, wie kommt bald? Na ja, gut. So, mehr Ball. Aber jetzt sind immer noch coole Übrüche am Ende, wenn das sein sollte. So, uiuiui, das war's ja schon, fertig. Ich bin noch mein Partner. So, uiuiui, das war's ja schon. So, uiuiui, das war's ja schon. So, uiuiui, das war's ja schon.